hallo und willkommen zurück zu cyberpunk 2077 wir haben was zu tun und zwar müssen wir genauso station receiver knacken für den encryption key damit man mit der phantom liberty story weitermachen können und dann wollen wir mal schön aufs bike schöne zuhälter klamotten an kein unfall gebaut da kann gar nichts schiefgehen bei dieser episode ich bin überzeugt wie weit ist es denn entfernt auch 700 meter dafür nutze ich keine schnellreise das können wir auch schön auf dem motorrad verbringen mensch wieso raucht es denn hier auch so was ist denn los in cyberpunk grad alles irgendwie verraucht und am ankokeln keine ahnung wieder gab es ein leck als spiel sich entschieden was ordentliches nachzuladen warum auch immer na gut müsste man nicht hinterfragen ich hoffe nur dass das aushaltbar war beim zusehen weil deswegen nochmal komplett von vorne anzufangen ist aufwand und aufwand ist der feind das ist zumindest in meinem freundeskreis die generelle auffassung deswegen versucht man aufwand zu minimieren genau so dann hoffentlich sind hier keine voodoo boys mehr wir sind ja eh nicht mehr in dem gebiet also denke ich schon dass das klappt müssen wir aufs dach ja sieht so aus die haben hier zumindest ordentliche feuerstandards und notfallstandards da kann man zumindest hier bei der treppe nehmen und dann sehe ich ja schon was die entwickler vorgesehen haben mal hier hoch geht das sieht hier aber auch nicht so okay die sind zumindest nicht feindlich schön rein da okay schauen wir mal hey was bist du denn was bist du denn für ein frecher knirps ich gehe mal nicht so mit der waffe rum aber na gut ich glaube die brauchen jedes geld das sie kriegen können könntest du mal aufhören mit der waffe rum zu fuchten ist doch hier irgendwo sein da ist er ja ich probiere es trotzdem nächstes mal höre ich auf das kind kannst du mir nicht sagen wo es ist sehr gut da haben wir einen orgasmus versaut wer nicht der erste nein mein relikt ja so her mit dem encryption key das sieht doch gut aus und er ist komplett wunderbar dann müssen wir auf zu songbird ui wo ist denn der wegpunkt 1,2 kilometer äh was für ein auto klauen wir denn hier vielleicht in klein hat zumindest eine sehr schöne farbe interessanter radiosender ist ausgewählt aber damit komm mal klar äh retextet mal wieder don't forget once you get the green light from s you contact me immediately wir schauen mal dass wir nicht sabotiert werden und dann wird's glaubt zeit hinzen mal bisschen auf die finger zu klopfen vielleicht mit meinem hammer ich schaue dass ich ihn ausrüste weil der muss gebombt werden so wie er sich verhält versuchte hier einfach drohungen in unsere richtung auszusprechen kann ich gar nicht leiden dafür muss er zumindest ein bisschen bezahlen und wenn es nur mit er dies ist so ein kilometer ich glaube wir müssen dann hier direkt wieder nach docktauen und durch die schönen scanner da da müssen wir wieder helfen so viel zeit ist hi sind das schöne mod so wir haben geholfen das ist doch schön falsche taste irgendwie wollte doch nur das radio ausschalten schöner loot schöner loot schöne waffe komm schon spiel oh ich trage zu viel das ist nicht gut ist hier eine packstation in der nähe nee ist es nicht ich dachte so viel hätte ich gar nicht im inventar aktuell äh charakter jetzt habe ich einen wegpunkt gesetzt oh relic points das muss man auf jeden fall auch noch eins auswählen unlocks new abilities for arm cyberware mantis blades gorilla arms projectile launch systems and mono wire ah ok da muss man nochmal zum rubber river dock emergency cloaking wo wir uns tarnen können wir machen doch das in der mitte so dass es akquiriert und dann braucht man oh dafür braucht man jeweils nur ein relic point wie es aussieht das ist ja wunderbar limiter removal the shockwave from a charged gorilla arms attack now knocks down all enemies within range hm mantis blades haben wir nicht wir brauchen das für mono wire data tunneling wenn an enemy is affected by a mono wire uploaded quick hack normal mono wire attack switch bringt uns nix wir können gerade ja nicht quick hacken hm was dann vielleicht die äh gorilla arme also wir können gar nicht mehr so viel tragen darin liegt es dann wollen wir ein bisschen was droppen ist egal wie viel die kosten so das passt schon so wegpunkt habe ich natürlich fälschlicherweise gesetzt weg damit alex hat was geschrieben darauf muss man zuerst antworten äh already got a bottle open the kind for special occasions what you say the hardest part of a mission is always the waiting ähm ok die will mich irgendwie einladen äh für ein vor ding äh ja bisschen wie heißt es vorglühen genau vorglühen für die mission betrunken trifft man einfach besser äh sagt man na natürlich so alex antwortet ok wir haben noch geschrieben ein kleines äh ein kleiner drink äh wird nicht schaden you might wanna hurry this bottle will not last one ok interessant so jetzt müssen wir zuerst zu alex das können wir natürlich machen wir schauen nur dass der missionspunkt richtig ist ja scheint so zu sein dann wir mal vielleicht doch eine schnellreise dann sparen wir uns das ganze gescannen da unten ist er auch schon entschuldigung 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 hey hier waren wir doch grad erst zumindest in der letzten episode kommt mir alles so bekannt vor hoffentlich sind die voodoo boys nicht nachgespawnt ach komm geh doch einfach hier drauf die musik darf gerne aus während ich laufe die walkman area ist vorbei äh zeitlich gesehen so so songbird da wollte ich doch gar nicht hin wir müssen doch hier hin so wir sind gelandet und wir müssen und wir müssen alex treffen ich glaub einfach in ihrer bar das dürfte hier sein find's bisschen komisch dass ich keinen map marker mehr dafür hab ok das spiel verhält sich grad bisschen komisch vielleicht noch nachwirkung des ladens da ist sie ja na auf jeden fall na immerhin ja ein bisschen ich will und 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 so Seema didn't Have you ever thought about who you'd be now? If you know, life had taken a different turn I would probably be more stressed I'd probably be running the streets Heywood at least, that I know Padre might have something to say about that You know each other? Well, I know him Kind of doubt he's got a file on me Was is denn da links los? Uh, uh Wir können jetzt endlich trinken Yum 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 Interessant Call me old fashioned So yeah Guess I'd be a Braindance Star Hm Das kann ich mir auch gut vorstellen Uh, das gute Zeug What's so special about musicals? The world and song is much more beautiful than in reality Intensely so Plus, I just like to dance Das klingt doch gut Gut So, dann dringen wir mal auf ihre Future Carrier Oh je, das klingt so als ob Alex drauf gehen wird Das muss nicht unbedingt sein, ich mag die Also, irgendwer klopft da ans Fenster Also, irgendwer klopft da ans Fenster Ich höre nix Okay, so langsam höre ich was Jetzt können wir vielleicht wieder tanzen Sie fängt zumindest an zu tanzen Sie fängt zumindest an zu tanzen Na, wir können noch was trinken Immer her damit Implantat killt uns garantiert bevor das Relikt das tut Obwohl, so langsam wird's knapp würde ich sagen Oh, jetzt können wir mit dir tanzen Also, meine Dance Moves sehen anders aus So muss ich das jetzt Also, ich hab zumindest ne Taste zum stoppen Aber wär ja interessant zu sehen wo das hingeht Ist mal interessanter als, oder Ne interessante Abwechslung zum Schießen Also, langsam juckt's mir im Im Abzugsfinger muss ich sagen So Ja, das war jetzt ganz nett, aber Ich glaub hier kommen wir auch nicht näher Vielleicht muss ich das kippen Ich weiß noch nicht wo das hinführt Na gut Gut Muss ich jetzt wieder anfangen Tomorrow is our day We got this I know Wieso tanze ich immer noch Hör auf damit V Okay Tschau Alex Hm, das hat schon mal Spaß gemacht Tschau Gut, jetzt müssen wir Songbird treffen Zumindest der Teil der existiert Irgendwann um Also zwischen 11 Uhr nachts und 1 Uhr morgens Da wird bestimmt wieder so ne Gelegenheit sein Einfach dort zu warten Airdrops würde ich diesmal nicht mitnehmen Auch wenn sie sich anbieten Ich mein, wir tragen eh zu viel So ne Station wäre vielleicht noch ganz hilfreich Ich glaub da müssen wir Wir nehmen einfach die Die ist auch in der Nähe Ich hol mein Motorrad raus Aus der Tasche Okay Da oben geht was los Wieder ein Airdrop Keine Ahnung Komische Geräusche über mir Jetzt wollen wir aber erstmal hier Ja Äh Jo erstmal überhaupt schauen Wo wir lang müssen Also Irgendwie hier Oh, da ist ein Motorrad Das wir stehlen hätten können Ich hab grad keine Lust Das Motorrad zu stehlen Hier hat man nur irgendwie vorbei Und wird schon angeschossen Deswegen kann ich Night City nicht wirklich ausstehen Bin eher sowieso kein Stadtmensch Fuck Genau deswegen bin ich kein Stadtmensch Wenn man da so blöd Motorrad fahren kann Na gut Da ist die Verkaufsstation Da muss man irgendwie hingehen Ohne Streit anzuzetteln Weil wenn wir auf Missionen gehen Heißt das immer Loot Und Loot heißt immer Wir müssen es tragen können So Äh Wo bist du denn? Ah, hier ist er Einfach Zeug verkaufen Das da Das da Alles was keine Miete zahlt Und alles was Geld bringt Äh Nix was ikonisch ist Die behalten wir So langsam könnte man die aber auch in den Stash tun Zumindest paar davon Ich glaub das wäre vielleicht gar nicht die Schlechteste Idee Okay So Shane Sword kann weg Der Hammer kann weg Die Machete kann weg Und wir wiegen immer noch überraschend viel So erstmal weg mit dem Junk für 27 Dollar Und hier die ganze Kleidung Und hier die ganze Kleidung Wäre vielleicht gut Wir konnten die doch eigentlich Auf dem Motorrad Ah, da ist es hingehen Auf dem Stash zu greifen Das wäre doch wunderbar Dann wollen wir mal Ähm Hier ein bisschen was einlagern Also die Pistole von Jackie auf jeden Fall Lexington Ja, alles was eigentlich lila ist Können wir weg tun Äh Ja gut, die würde ich tatsächlich noch behalten Die kann auch weg Uh, Skippy ist hier Ah, da kann ich mich wieder nicht entscheiden Was wir behalten sollen Und was nicht Ich glaub so wiegt das auch nicht Sniper Rifle Noch ein Sniper Rifle Noch ein Sniper Rifle Ich glaub Das sind dann schon einige Das ist glaub ich Dieses Tech Sniper Rifle Dass wir Ah, ich kann mich nicht entscheiden Okay, ich glaub diese Pistole Kann weg Was ist denn die Pistole von Johnny gewesen Die haben wir auch irgendwo A kann sein, dass die Plan B hier das doch ist Okay Wie gesagt, ich kann mich nicht entscheiden Wir behalten das einfach alles So Die Kleidung kann komplett in den Stash Denk ich mal Nicht die ikonische unbedingt Zumindest die mit Ausrufezeichen Behalten wir mal So, schön rein Und guckt mal wie schön leicht wir werden So, das hat sich gelohnt Schön, dass man hier auf den Stash zugreifen kann Das ist eine tolle Mechanik So, dann einmal zum Missionspunkt Und ein bisschen warten Und dann geht's hoffentlich endlich los Und hinsen ein bisschen an den Kragen Man muss sich ja auch auf die kleinen Dinge im Leben freuen Oder wegen der kleinen Dinge im Leben freuen So, dann einmal kurz hier verschnaufen Nachdem wir die Treppen hochgesprintet sind Zumindest würde ich das benötigen So, einfach drei, vier Minuten Einfach hyperventilieren Okay, wir können warten Dann bin ich mal gespannt Was Songbird von uns noch will Hallo Was willst du? Was willst du? Aha Ich glaub dir nicht mehr Ich glaub dir nicht mehr Naja gut Dann schlag mal uns mal in die Büsche Ja Was ist denn da hinten los? Was? Was ist denn da hinten los? Was ist denn da hinten los? Ich bin nur zwei Blocke nachdem ich hier in Ensi auf angemeldet war Ich bin hier in Ensi Ist das deine Couch Ich bin auch gar nicht Sieht Brooklyn so aus? Naja, hat sich vielleicht einiges verändert. Ich glaube hier kein Wort. Neural Matrix war sehr preislich, aber ehrlich gesagt, ich habe nie gedacht, dass er sie zu töten würde. Sie würde sie? Nicht nur sie. Naja, nichts war das mit dem Plan. Was ein verdammter Mist. Was war dein Plan? Für dich zu retten, während ich die AI Matrix steigte. Und für uns zu rennen. Alles bevor Kurt kommt. Das hat hier super funktioniert. Okay, ich glaube hier wieder. Ich bin leicht zu überzeugen. 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 Mit dir und mir. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. Wie wäre es denn mit der Hilfe, die du mir versprochen hast? Was ist denn jetzt damit? Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. So viel Zeit habe ich nicht. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. So wie sie überleben will. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. Ich bin leicht zu überzeugen. Siehefellöser an. Nein. Ich zwischen den Eich II. Ich habe genau nach oben gedrückt. Rufen wir uns nochmal an. juni s leftik. Ich habe eine Nachricht. Ich höre es. Erstens, wir haben uns gelandet. Uns V.I.P. bereit zu sein. Musik zu meinen Hörn. Was noch? Das Hombard öffelt ein bisschen. Der Sitch. Es sieht schlecht. Es ist wirklich schlecht. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Ich höre Sie. Es gibt mehr Grund für die Mission in front of uns. Wir werden uns auf die Hörn. Aber schreibe. Was mir so verbringte. Wir müssen wirklich sprechen. Ich weiß nicht, aber später. Nicht ein Thema für die Hörn. Eine andere Sache. Du brauchst neue Chrom. Ein Implant, das mit Behaviour oder Imprinz. Ich schreibe dir die Ditsch für eine Klinik. Ein Doktor wird dich erwartet. Juste erzähle die Ripper, du kennst, sie schläft Unification-Wahrtrinkets. Sie weiß, du kamst mit meiner Brüste. adaptations, unter anderem. Ne, nein, nein, nein. Das hier, auf geht's. Ah. Wenn wir da sind, kann sie gleich mein Knie fixen. Das hat echt einige Beatings abbekommen. So, den Airdrop ignoriere ich einfach. Fällt mir zwar schwer. Vor allem weil wir nicht so viel gekämpft haben in der Episode. Ah, wäre vielleicht besser, wenn wir mit der Mission endlich mal vorankommen. Oh, Songbird hat irgendwas geschrieben. Been thinking about our conversation, couldn't shake this feeling of déjà vu, you awakened a memory that had faded, one I can enjoy again, a memory of what? Another conversation I had once with a close friend, honest, real, no ulterior motives, we after all those years with the agency, questioning every word, every gesture, every twitch, always looking over my shoulder, do you know what that's like, can't say I relate, sounds awful though. Und jetzt schreibt sie nochmal was. I failed so many people over the years, but I won't fail you, that cycle of self disappointment ends now. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, ab in die Ripperdoc-Klinik. Oh, sind wir sogar hier richtig, dass wir unten lang müssen. Glaube ich zumindest. Hui. Hallo. 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 Du, Frieda? Ja, und wir sind geöffnet. Ich habe etwas, das dir interessieren könnte. Ich habe etwas, das dir interessiert. Danke schön. Das ist mein Codewort gewesen. Sorry, ich war nicht willkommen. Es ist ein bestimmtes Raumplan, die nahe bei mir. Ich musste mich mehr bemerksam sein. Das klingt sinnvoll. Kann ich hier etwas mitgehen lassen? Hallo, Reed. Ich bin hier von Sohmy. Ich habe hier bei Sohmy. Ich habe mir ein paar Stunden, aber ich habe mich in ihrem Kopf genommen. Ich habe mich in ihr gedauert. Ich muss mich nicht verstehen, was sie wollen gehen. um um you're in no position to want to stand reed your life ain't on a timer but i know death stayed him in the eyes up close she's trapped not just here and now but going months back hell actually years i blame myers a sore loser there's a damnedest to avoid it songbird the black wall dirty tricks meant to give her a competitive edge yeah new kids there's a prison cell prepped and waiting for her already so me knows that full well she lives to see tomorrow and every day after that's what matters myers needs her life sure but forgive and forget the attempt on her life never myers might not forgive her but doesn't mean i can you forget woman tried to zero you too her hands been forced too many times in her life she's due compensation yeah yeah der ist sehr verständnisvoll der reed we break the chain hands and wrapped around her neck then what we stow away somewhere safe ask some questions establish some common ground once i get the answers i'm looking for i'll personally help it disappear from everyone everywhere including myers that's klingt doch gut say i believe you where's your plan to go from there i got contacts in europe we'll find the best clinic put you two back together fix what's broken once we have your cure in hand yeah das klingt nach bullshit muss ich sagen hmm i have something for you our best minds in dc cooked it up icebreaker silver bullet against any 45 netrunner verita feed it into your system during surgery use that and somi will drop unconscious within a minute we can't take any chances and when she wakes up she'll wake up at home okay how do i use it fire it up when you both checked into the mainframe at that moment somis do will be wide open sure web yeah well that's a hope we show them right now we are focusing on saving your lives talking time will come later that's klingt doch nach dem plan danke schön ich fühle mich jetzt allerdings genug ausgesprochen ich muss was zum schießen kriegen ja ja das ist die generelle meinung so ja mein arsch kommt in den stuhl na immer doch na gut immer diese politik ja und licht aus und hier rennen wir na gut muss ich das auch wieder skippen ne anscheinend vorsicht mit dem scalpel hey wieso schneidet die mein gesichter hast du alles im griff wieso sind deine handschuhe so blutig oft nie weiß was er tut anscheinend kriege ich ein neues gesicht was soll denn das also so einfach sah die prozedur jetzt nicht aus wollte ich mich gerade umbringen ein und zwar den mittelfinger öse mittel danke schön das wäre mal rausfinden ich denke 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 die Wahrheit ich meine ich meine es sein auf dem nitty gritty aber ihre Motivation ist plain und clear das ist das ist das ist das ist die das die wartet die die sie nach Es ist die Tragedie, Vee. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that, when you're standing over that fucking overgrown Neurodrive. Reader Songbird. What would you do in my shoes, Johnny? I am in your shoes, dumbass. Das stimmt. Na gut, dann sind wir uns, äh, dann sind wir auf meine Intu... Intuition, äh. Weiß ja nicht mal, wofür das ist. Mein Papa, if I need anything else. I can't wait. Sehr gut, dankeschön. Na, was ich sagen wollte, ist das mal, dass wir uns auf meine Intuition verlassen müssen. Das haben wir beim Roulette gesehen, die ist immer unfehlbar. Da habe ich ja mein ganzes Geld verloren. So ein, so ein dämliches Spiel. So, den Job kann man tracken. Jetzt müssen wir Reed nochmal anrufen. Sehr viel Gelaber in der Episode tatsächlich. Aber wir kommen wenigstens voran. Das ist Klingger. Das ist Klingger. Das klingt doch gut. So, dann würde ich aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. G網cha. Dude. Wir waren...